Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin gekommen mit dem Club vom Personalrat. In der heutigen Sitzung haben wir gesprochen über Krankentransport, Probleme im Krankentransport. Und zwar gibt es immer noch Probleme und sowohl die Projektleitung, die Krankentransportmitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Personalrat haben sich darauf verständigt, über acht Wochen Testphase und Probleme, die noch jetzt vorhanden sind, irgendwie zu glättern. Wir hoffen alle, dass bis dahin, in zwei Monaten, die meisten Probleme, die sonst vorhanden sind, auch gelöst werden, dass es besser funktioniert, jetzt als vorher. Und auch haben wir gesprochen über verschiedene Probleme oder Themen, unter anderem sind wir jetzt eingeleitet zum WPR-Zentrum, das Westdeutsche Protonenzentrum ist, und die Anlage wurde uns komplett gezeigt. Wir haben auch Behandlungsräume besichtigt, das war sehr beeindruckend, und wir haben auch die Möglichkeit, einige Fragen loszuwerden. Und das war's, wir wünschen Ihnen alle schöne Sommerferien. Bis nächstes Mal.